Immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampe in jedem Außenseiter als Gemeinschaft fremd tot. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler heißt die Lübeck. Den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht bei der Grafen Bayeradotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler, unter all ausgerechnet Himmler! Getreuste der Treue! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Das ist der schlimmste Verrat von der Grafen Bayeradotte. Das ist der schlimmste Verrat von der Grafen Bayeradotte.